wir kommen zu einer folge gottik von mit den komigen typen namens nils benny und mich das war natürlich das freudigste video in diesem video werden wir die krankesten mal alle sachen waren wir sind schlimmer als picasso april april hahaha wir haben wieder gelacht gut weiter geht's junge magia du wolltest eigentlich diesen ein modus auswählen ist doch hier sind doch hier sandwich am sandwich jetzt einfach mal euch auch eigene themen ausdenken oder es ist bei euch nicht im rahmen der möglichkeiten wenn ihr natürlich themen habt schreibt sie gerne in die comments mir fällt nämlich wenigstens ein so richtig so 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 Wenn ihr natürlich mit uns ein Video aufnehmen wollt, kommt gerne in meinem Discord, Link in den Comments oder in der Beschreibung je nachdem. Bende im Auto überfährt man. Nee, du musst doch mal was malen. Ich überfahre niemanden. Bende ist einfach viel zu faul zu malen. Trauriger Metzger im Regen. Das sieht eher aus wie Tor. Mann im Regen mit Nervflagge. Das sieht eher aus wie Tor, das ist aber auch okay. Monströses Haus auf einem Hügel. Haus auf Berg fällt fast runter. Imitation. Mach mal den Geheimnismodus rein. Ein Geheimnis. Der Mord ist so blöd. Okay, das ist jetzt das Problem. Äh. Sollte man gut malen können. Darauf erstmal ein Bonbon. Mitten in der Aufnahme. Ich will uns erstmal an der Stelle. Aha. Ja. Sollte man das wissen. Sollte man einfach fragen können. Ich habe euch einfach ein Bild geschickt. weiter. Und dann wollen wir das 다음. Sollte man nach vorne. Ja. Das ist jetzt einfach mal in der Lage. Und dann kommen wir das Mal. Wir wollen den Geheimnis her. Sollte man das Ganze. den modus kann ich meinen pc nicht malen aus dem steht dort nicht magia sondern magier so Nils, am Strand mit Bene. Ich war ja nett was, der Strand ist da. Strand. Strand. Magiabk. Magiabk. Ja, wenn ich nichts sehe, kann ich mein PC ohne Malen. Rechteck und Kreise. Junge Randaliert in der Schule. Ausgerechnet in so einem Modus wird so ein Thema. Da war wohl jemand zu faul zu malen. Mach jetzt mal keinen Druck, das sollte eigentlich ein sehr entspannter Modus sein. Ich will ja richtige, kranke Themen auswählen. Oh oh. Oh oh. Falsche Informationen wurden freigegeben. Das kann man nicht malen. Das ist gegen die Naturgesetze. Okay. 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 Vampir beißt Magier, der sich auch verwandelt Das hat Benni gemalt Die das aber direkt raus hat, das hat Benni gemalt Wie ich's wusste, wie ich's wusste auf Ansage Benni mit Mädchen Falsche Information vor uns freigegeben Benni kriegt eine Freundin Magischer Elf auf dem Friedhof Magier zerstückelt auf Legosteinen Das sah übel so aus, wie ein 20-20-verstücketer Typ Was nimmt man den jetzt für den Modus? Speedrun Okay, jetzt muss ich noch mal vereinen Wer mal Kuppe Jetzt dürfte keine großen Themen nehmen Man macht so was wie Auto oder so was man ganz schnell malen kann Das ist ein richtiger Speedrun Da geht's richtig schnell ab Die Zeit ist innerhalb von ein paar Sekunden zu Ende Okay, sag dem die man malen kann in ein paar Sekunden, Junge Etwas Spanier Okay, 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 okay Übrigens wenn ihr auch Gratisspiele habt, die ich spielen soll auf meinem YouTube Kann ich gerne in die Kommentare schreiben Wenn du hast ja nichts mitzureden Ich darf meine Zuschauer entscheiden Ich darf meine Zuschauer entscheiden Ja, gut Wir sehen was bei uns im Superspeedrandrand voraus Ach, was auch mal gekommen ist Wollen wir es wirklich sehen? Ich glaub nicht Können wir das abbrechen? Ja, können wir Machen wir aber nicht Auto Auto Das sieht so komisch aus Auto Wie konntest du da ein Auto erkennen, Junge? Blonder Metzger in der Kirche Ja, das war das schönste Thema für so ein Speedrun Ich zeichne selber meine Autos so Blondine in der Kirche Blondine in der Kirche Und das brechen wir jetzt ab Äh, das wollen wir nicht sehen Tor Welcher Tor? Ach so Beni mit Schild Ja, ist das nicht Das ist nicht gepäck Wollte ich grad sagen, was wir das nochmal spielen Zeichne 10, damit die anderen sie nicht mal beschreiben können, weil du sie so undeutlich warst, dass keiner alles erkennen kann Okay, mach ich Und das jetzt machst, dann bring ich dich um, Junge Hast du grad gesagt Okay, auch Spaß Alter Heute ist der 1. April Hahaha Juhu Azi mêmes Juhu Cultiv Juhu du gott also dem ist es gerade okay wird schon schief gehen Vielen Dank. Soll ich es schon kriegen? Wunderschöne Nachzeichnung hast du. Soll ich meine WhatsApp-Kontakte liegen? Nein, mach ich nicht. Oder doch. Wer ist es? Wunder, wunder, wunderschön, ey. Hätte ich selbst nicht besser zeichnen können. Ich bekomme auch demnächst ein neues Mikro, vielleicht bessere oder schlechtere Tonqualität. Man weiß es nicht. Hadunke. Perfekt. Wie kommt ihr auf so einen Schwachsinn? Schickt euch das per WhatsApp, damit ihr genau wisst, was wir für Zeug machen. Soll ich das mal. weil wir uns darauf dass wir alle picasso sind und mit diesen wunderschönen bildern die ihr nie wieder vergessen werdet und davon in euren halbträumen heimgesucht werdet werde ich diese folge auch beenden ich hoffe es euch gefallen mir ist es wieder in der beschreibung verlinkt bin ja kein youtube-kanal und damit würde ich sagen tschüss